Was war das? Warum sind wir nicht runtergefallen? Oh, wir haben euch mit einem Haken gesichert. Das schien uns das Vernünftigste zu sein. Oh, ja, ja. Ja, groß gemacht, Team. Das hätte schief gehen können. Ja, sowas von schief. Stellt euch vor, es wäre eine echte Rettungsaktion. Echte Rettungsaktion? Die ganze Sache war inszeniert. Ihr habt diese Rettung nur vorgetäuscht. Wir haben nur versucht, dich aufzumuntern. Ja, wir wussten nicht, dass du es dermaßen vermasselst. Ich meine, stell dir vor, du hättest die Leitung übernommen. Okay, Peggy, es wird Zeit, dass du die Kontrolle über das Team übernimmst. Hä? Wieso? Was ist mit... Na, der Brücke, dem Aufgeregten umherflattern, ohne nachzudenken? Es war nur eine verrückte Idee. Meine Idee, wir müssen alle noch an uns arbeiten. Aber ich weiß, du wärst eine super Leiterin. Du bist weise, du bist rücksichtsvoll, du bist... Aufgepasst! Neue Besen kehren gut. Und wenn das Telefon klingelt, ist das Team zum Putzen bereit. Ich dulde keine Fehler, keinesfalls. Untertitelung. BR 2018